Ok, ich zieh, ich muss ziehen, ich muss ziehen. Ich zieh auch keinen Dungs. Halt wieder dritter Auto, halt wieder dritter Auto, dritter Auto, dritter Auto, dritter Auto. Hey, rotiert zurück, rotiere zurück, rotiert zurück, rotiert zurück, alles gut, rotiert zurück, kommt ihr wes was willst du von mir was willst du von mir das ist so was willst du hier rede ich ganz normal ja was willst du das ist ja so ein problem was hat er durchgefunden das muss ich noch mal mit der bühne ja und das ist so schlimm es ist jetzt schlimm also hast du nicht im funk gehört dass solche leute gelacht haben oder was es hat kein einziger gelacht also ich habe das vorgehört hat ja schön und jetzt das ist jetzt machen bis jetzt mann geworden oder was oder die über die us-tealer bist oder was jetzt interessiert mich ein scheißdreck das auf dich so was für dich nimmt man nicht ganz ehrlich du bist du bist du bist du bist du bist du bist du ja noch war ich vorher schon jetzt das bruder der ball ist broken sorry was kann ich dir helfen wir kommen schon vor menschen ich hätte keinen sechs mal hamburger und sechs mal wasser halt mal 600 dollar großer wer ist nun mensch rasko rasko ja du hast mich dumm gemacht wegen meiner knuschfleck hier an der bachkammer hast du weggemacht mittlerweile nötiger guck wer hätte ich nicht schlagen warum kann ich sie nicht schlagen weil manchmal mädchen ich kann nicht schlagen ich konnte nicht schlagen und macht sie sich nackt keine ahnung ja sie ist in ihrem film nega ich mein doch junkie konnte einfach nicht schlagen wegger okay wir haben heute schon mal mit euch geredet für euch war das geklärt für uns aber nicht geklärt deswegen fordern wir drei spezies mk2 für die respektlosigkeit und plus euer 10er soll sich bei unsere uge entschuldigen wir haben was der junge von uns verloren hat der junge von eurer uge genau wir sind eine familie ist doch scheißegal ob du gehst oder nicht ja das ist ja noch sehr verständlich wenn du es fordern wollt das ding ist warum soll sich unser 10er entschuldigen oder muss man lieber haben jetzt ja nichts verwerfliches gemacht er soll sich einfach entschuldigen wie eine furze hast du verstanden bis 22 uhr 30 hat der zeit fertig kann es auch normal reden also sei mal leise die sei mal leise einfach leise sein wenn du deine fresse und fahr mal hier weg halt mal deine fris und schwanz warte los mal mach ich ab alter wirklich crazy ich bin jetzt über der masse ja alles gut ich musste oder sorry bleibt in bewegung wegen der cyber wir haben ein paar getötet vielen 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 dank ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Oh, jetzt wird es interessant. Gute Posi für Tribe hier, finde ich. Das ist eine Huxley-Sau. Der wird einfach durchbrechen. Der wird einfach durchbrechen. Das ist ein Huxley. Dem ist eine Mauer egal. Boah, kranke Posi vom Heli. Kranke Posi. Oh, das war es mit Leeroy. 100%ig, das war es mit ihm. Also, der Heli von Tribe hat auf jeden Fall einen dicken NPC-Move hier. Oh, oh, das war es. Tribe hat verloren. Oh mein Gott, ist das schlecht. Und Körbsen der Dicke. Ei, 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 ei. Da wurde aber mal... ich doch alles alter doch alles alter immer muss sterben ja sogar durchschluss schau mir erst mal an eigentlich wegen der forderung müssen wir eigentlich jetzt nicht hochheben oder er geht mit kompakt rein er geht mit verfickte kompakt rein jungs der typ geht mit kompakt rein der ist das ohne rucksack nix baller ich bin nicht hoch für die respektlosigkeit jordan ecke valla eip valla eip oder einfach einer von lcn der durchschluss aber kompakt aber kein rucksack wasser ich schwöre also spielt sie schon muss so mk2 waffen ist schaden oder oder machen wir was anders machen was anderes scheiß drauf die kopfschmerzen hier ist ja gar nichts werter was passiert hier hoch 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 weg weg ist hier gerade hier mit offiziell percy bjones percy 101 was macht percy er versucht noch der bestrücken ok er steigt wieder ein percy rein percy rein percy rein percy machte aggressiven percy hinter ihn und der gewinner und diesmal percy kommt bei bis was hast du gelernt bei bagels percy du hast noch gelernt bei bagels komm und vicky percy komm komm oh mein gott ein schuss hat gefehlt ein schuss hat gefehlt percy sind denn da fast geholt und das tut mir jetzt leid die herrschaften Ich würde ja irgendwie hier behilflich sein Tatsächlich, aber ich habe leider nichts dabei Ich komme gerade aus dem Koma, ne Upsi Achso, die haben auch gar nichts gesagt Aber fast Und jetzt enden wir das